So hallo Leute, also ich wollte sagen, das regt mich grad so auf, ich hab aufgenommen, ganz viel, das sollte eine super lange Folge werden, ich weiß nicht, man, das regt mich grad so auf, und ich war bei einer riesen Minentour, also ich hab einen Zombie getötet, der nur einen Kopf hatte, ich hab zwei Skelette umgenätet, ich bin einmal gestorben, ich hab so viel Zeug, und jetzt zeig ich euch mal, was ich alles davon bekommen hab, einen Eberag. Ja, das hab ich alles bekommen, wer jetzt schlau ist, drückt auf Pause und guckt sich das an, und ich hab noch einen Ofen, und boah, ich hab so eine riesen Minentour gefunden, ich hab mich verlaufen, das sollte eine super lange Folge werden, aber nein, Frips muss ja nicht aufnehmen, die, naja, irgendwie so, das wollte ich jetzt nur mal kurz gesagt haben, also, nehmt es mir nicht übel, bitte, das wird dann die siebte Folge, weil die fünfte Folge sowieso nicht aufgenommen wurde, das war die wieder mal Frips Schuld, und, ja, also, ich bin grad grad, ja, die Sau, man, peace out, boo.